Test, Test. Guten Tag. Sieht man schon eine Stichlamme hinten irgendwie aus meinem PC? Okay, wir sind jetzt in der Aufnahme drin. Guten Tag, liebe VOD-Zuschauer auf YouTube. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dordoddjins, dessen Namen ich nicht nennen kann, keine Ahnung. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Tag. Ey, wisst ihr, was mir gerade noch einfällt einfach? Ey, ich habe nur zwei Stunden oder so diese Nacht geschlafen und es kam einfach so ein Heizungsfritze, der irgendwie die Heizung kontrollieren checken wollte. Keine Ahnung, der hat da irgendwas gemacht und der Typ, der war auch letztes Jahr schon da und der ist so abgehoben einfach. Also erstmal kommt er irgendwie mit so einem richtig fetten Mercedes, wo ich mich so frage, hast du den wirklich einfach, weiß ich nicht, verdient man so viel damit? Und dann hat er einfach, also er ist richtig unsympathisch, weil der so ein Typ ist, der steht so über einem und der hat dann auch sofort so in den Raum schon so, ja, also warum arbeitest du eigentlich nicht um die Uhrzeit so mäßig? Hat er letztes Jahr schon zu mir gesagt. Dieses Jahr war ich auf dem Balkon, weil ich gar keinen Bock hatte und meine Mom hat irgendwie mit dem geredet und meine Mom hat er das auch gefragt, so von wegen so, ja, warum arbeitet hier eigentlich keiner? Bruder, meine Mom hat einfach fucking Urlaub, Mann, und ich voll spaßt, arbeite halt einfach nachts. Und der chillt einfach mit seiner, also Chad, ist das Calvin Klein, diese Unterhosenmarke? Bruder, er hat einfach die, diese Hose bis hierhin gezogen ungefähr, diese Jeans, ja? Und wenn er sich dann teilweise gebückt hat, dann ist aber trotzdem seine Calvin Klein Boxer Shorts rausgerutscht und dann stand da so Calvin Klein. Ey, der Typ war so widerlich, Mann. Echt, der ist so abartig, Mann. Ey, ich hasse solche Menschen, die so über einem stehen. Und der hat einfach die ganze Zeit so komische Bemerkungen, mal. Am liebsten würde man so jemandem einfach sagen, so, hör mal zu, du Bengel. War ich dir mal die Ohren langziehen, oder was? Meister starten das Video, ja, stimmt's. Stimmt's, ja, das ist einfach der perfekte Start einfach in, äh, in unser VOD. Ja, hallo YouTube auch an der Stelle. Okay, also, natürlich ist es abgeschlossen. So, ich muss mich jetzt erstmal hier wieder in diese Welt finden. Natürlich ist es abgeschlossen. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Katze den Schlüssel hat? Okay, könnte also sein, dass die Katze... Warte mal, haben wir hier aufgehört gehabt? Doch, ne? Wie wahrscheinlich ist es, dass die Katze den Schlüssel hat? Traurig. Aber da kann etwas getan werden. Okay, ist sie tot? Ah, da ist die Katze. Das ist die asozielle Katze, die uns gestern angegriffen hat, ne? Junge. Hey, Josch, ich wollte nur mal, äh, sagen, dass ich deine Mini-Meditation immer zum Einschlafen höre und damit viel besser und entspannter einschlafen kann. Du könntest echt mehr davon machen. Ähm, Jelena, das ist mega süß. Das freut mich. Ja, ich sollte, äh, ich sollte irgendwie so viele Sachen noch öfter machen, ne? Ähm, freut mich aber auf jeden Fall. Vielleicht mache ich das nochmal. Ja. Äh, Esel, Fox, einen wunderschönen guten Abend. Hallo, hallo. Auch süß, wie einfach YouTube begrüßt. Vor allem einfach euch selber praktisch. Ich muss das klug anstellen. Diese Katze kennt sich hier viel besser aus als ich. Okay, Chad, wie machen wir das am besten mit dieser Katze? Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass man den Chat auf YouTube dann sieht. Jaja, das ist ja generell auch die, die Intention dahinter, dass sowieso man auch den Chat dann da drunter hat, damit man den auch lesen kann dann auf YouTube. Dieser Baum sieht aus, als könnte er ein Geheimnis für sich behalten. Mhm. Wo ist die Katze hin? Da ist sie. Okay, schieb den Busch auf, ich kann dann den ganzen Busch auf Seite schieben. Busch, hinfort mit dir. Hin fort. Genau so. Alter, das Ding ist komplett zugewachsen gewesen. Wie ein professioneller Gärtner. Mhm. Dieser Ort. Ich erinnere mich an diesen Ort. Oh, wie die Katze da chillt. Richtig provokant. Was für ein reizendes Plätzchen. Ich sehe ein hungriges kleines Kätzchen. Katze, gib mir den Schlüssel. Komm, lass uns keinen Krieg haben. Warum sieht die Katze aus wie ein Eichhörnchen? Wie sieht aus wie ein Eichhörnchen? Hm. Wenn ich sie erschrecke, könnte sie tagelang verschwinden. Vielleicht lockt sie etwas Essen an. Ich bin sicher, Oma hat etwas für dich in ihrer Küche. Okay, suche nach Katzenleckerlis in der Küche. Wir brauchen also Essen. Könntest du kurz erklären, worum es in dem Spiel geht? Ähm, kann ich euch nicht erklären, weil ich nur weiß, dass es praktisch um eine Familie geht. Ja, also unsere Oma ist gestorben und das ist ihr Haus. Und das ist auch das einzige, was ich jetzt glaube ich so bisher weiß. Ja, es ist ja praktisch einfach so eine Familiengeschichte oder so. Mehr wissen wir jetzt glaube ich bis jetzt noch nicht, oder? Okay, ich brauche etwas, um einen kleinen Freund anzulocken. Aber wie gesagt, also für die Leute, die jetzt vielleicht nicht mittendrin rein starten wollen, ihr könnt euch die erste Folge einfach auf YouTube angucken, wenn ihr das möchtet. Und dann guckt ihr die einfach auch nach. So, wir brauchen... Uh, Fischis. Du hast gesammelt Sardinen. Sardi... Wisst ihr, woran mich das gerade erinnert? Die... Dieses... Diese SpongeBob-Folge. Dieser stinkende Gestank, der stinkt. Die Sache stinkt. Aber das waren nicht Sardinen, das waren Sardellen. Das sind... Sardellen! Und dann kommen die doch so alle in diese krosse Krabbe reingelaufen. Die Sardinen, ach du Scheiße. Ich erfahre es das Gleiche. Okay, was haben wir hier? Liebe Nora, lieber Eduard. Ich hoffe, es ist okay, dass ich euch diesen Brief schicke. Eduard, ich... Eduard und ich haben jahrelang zusammen studiert, bevor sich unsere Wege getrennt haben. Und ich bin stolz, mit mich euren Familienfreund zu nennen. Wie ihr gewünscht hattet, habe ich mit Fabrice... Habe ich mich mit Fabrice getroffen und seine militärischen Ambitionen besprochen. Militärischen Ambitionen? Ich war extrem überrascht zu sehen, wie sehr er sich über die Jahre verändert hat, von dem ruhigen kleinen Jungen bis hin zu dem komplexen jungen Mann, der er heute ist. Seine akademischen Rekorde und Ergebnisse sind solide, aber ich habe meine Zweifel, dass die Militärschule, für die er sich jetzt beworben hat, das Beste für seinen derzeitigen Geisteszustand ist. Dürfte ich die Pfadfinder... Dürfte ich die Pfadfinder oder einen Ort, an dem er sich auf Empathie und Gesellschaft konzentrieren kann, vorschlagen? Passt auf euch auf. Ich hoffe, bald euer bezauberndes... Bezauberndes Haus in Dodododjins besuchen zu können. Mark. Deine Nora. Fabrice oder wie auch immer der Name ausgesprochen wird. War das unser Vater? Ist er das? Wie heißt der Stoff, der am Fenster hängt? Gardinen. Nein, nein. Sardinen. Ich glaube, das war unser Vater, oder? Mein lieber Eduard, diese Reise macht mich fertig und ich vermisse unser Haus schrecklich. Gestern habe ich mich mit einem Kollegen aus der Agentur zum Mittagessen... Ah ne, das haben wir schon, ne? Ich bin manchmal ein bisschen verwirrt. Ich glaube, man hat immer sofort alle Briefe. Genau, also das sind alle, die wir schon haben. Ich will immer durchblättern, weil ich mir denke, da hängen mehrere, aber es ist, glaube ich, immer nur einer. Und wir haben eine Nachricht bekommen. Von Dom. Wer auch immer das ist. Streng dich nicht so sehr an, wie deine Therapeutin sagen würde. Du kannst sie nicht alle retten, kleiner Hobbit. Das hat sie nie gesagt. Hör auf, mich einen Hobbit zu nennen, du Ork. Schnauze Dom, du Ork. Okay. Meine erste Studiowohnung in Paris war kleiner als diese Speisekammer. Ach du Scheiße. Okay, was haben wir da noch? Was ist das? Du hast gesammelt selbstgemachte Leckerlis. Oh, selbstgemachtes Katzenfutter. Das sieht Nora ähnlich, aber es riecht komisch. Ja, die will, Alter, die Katze will doch safe, die diese Dinger da haben, oder nicht? Diesen Fisch. Ich sehe nicht am richtigen Ort nach. Okay. Ja, ich glaube, wir haben jetzt alles, oder? Hier sind auch noch Leckerlis, glaube ich. Das sieht sehr nach Katzenleckerlis aus. Industriell hergestellte Leckerlis. Nie geöffnet. Nora hätte sowas nie verwendet. Ich sollte genug Leckerchen für diese Katze haben. Ich muss zurück zum Teich. Okay, alles klar. Gehe, warte mal, zum Teich? Okay, egal. Wir gehen auf jeden Fall zurück zur Katze. Ich hoffe, die Katze hat noch Hunger. Stell dir mal vor, jetzt will die einfach nicht essen. Was machen wir dann? Dann müssen wir das Scharfschützengewehr von Opa rausholen. Oh mein Gott, ich dachte gerade, die Katze ist weg. Aber die sitzt da. Okay. Hallo, du. Getrocknete Sardinen, selbstgemachte Leckerlis, gekaufte Leckerlis. Okay, ich meine, das ist ja die, äh, Chat. Getrocknete Sardinen. Oder Gardinen, eher gesagt. Die sind bestimmt am allerkrassesten, oder nicht? Shadow, man, mach's dir gemütlich. Das ist eine gute Idee. Glaubt ihr nicht, getrocknete Sardinen sind viel krasser? Die Gardinen meine ich natürlich. Gardinen, sorry. Äh, Luni, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Wie schön die Sounds sind. Ja, auf jeden Fall. Ist ein bisschen wie so ein... Hat so ein bisschen was von ASMR. So, aber schöner ASMR. Nicht, wo irgendwo jemand sein Mikrofon ablutscht oder so. Okay, versuchen's mal mit getrockneten Sardinen. Katze. Nimm. Zack. Nein. Keine Sardinenkatze. Okay, ach du Scheiße. Ja, dann will die aber doch safe die gekauften Leckerlis, oder? Waren nicht die selbstgemachen? Waren die nicht schlecht? Die haben doch scheiße gerochen, oder nicht? Verdammt. Alter, er will wirklich die Ekligen haben. Aber okay, bestimmt, weil die an Oma erinnern, denke ich mal, ne? Okay. Eine Katze mit Geschmack, wie ich sehe. Okay. Komm zu mir, Katzi, Katzi, Katzi. Geben. Oh nein, sie hat Angst bekommen. Ich werde noch etwas länger warten. Scheiße. Komm her, Katze. Warte mal, aber ich muss die doch werfen, oder nicht? Achso, muss ich die einfach so Stück für Stück näher locken? Sticky, einen wunderschönen guten Abend, hey. Chad holt das Scharfschützengewehr von Opa raus, okay? Das kann auch dauern. Such das schon mal. Hä, aber das sind doch... Warte mal. Muss ich vielleicht warten, bis sie aufgegessen hat? Vielleicht? Oder muss ich noch kleinere Schritte machen? Lele, einen wunderschönen guten Abend, hey. Okay, vielleicht muss ich sie einfach aufessen lassen. Und... Gleich hab ich dich. Zack. Zack. Marie, hab einen wunderschönen Abend. Okay, wir haben den Schlüssel, perfekt. Easy. Hat gar nicht lange gedauert. Okay, wir haben den Schlüssel, super. Es ist Zeit, diese Höhle zu öffnen. Da bin ich ja mal gespannt. Was ist eigentlich hier? Können wir hier noch irgendwas machen? Sieht voll süß aus, wie die Sonne da so rein scheint. So, was genau öffnen wir damit? Die... Diesen komischen... Dingens hier? Ich hoffe, der Schlüssel passt. Okay, was könnte da wohl drin sein? Hilfe? Hilfe? Wäre das nicht gerade zugeschlossen? Hätte man nicht in die Richtung drehen müssen? War das nicht gerade zugeschlossen? Okay, jetzt ist da ganz viel Gold drin. Ja! Ich bin drin. Okay, das ist also der kleine Schuppen, der einfach größer aussieht als unsere Wohnung, so ungefähr. Boah, wie cool, mit so einer richtigen Werkstatt. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Petterson und Findus. Einfach Petterson mit seiner Werkstatt. Mega süß. Ähm... Hm. Chuchis? Ich möchte mich noch einmal dafür entschuldigen, was mit einem Jungen passiert ist. Normalerweise versuchen wir uns aus dem Problem der Schüler rauszuhalten, aber die Dinge sind eskaliert und ich hatte das Gefühl, äh, es wäre die richtige Entscheidung gewesen. Ich glaube nicht, dass dein Sohn irgendwas gestohlen hat und entgegen der Gerüchte war ich es. War ich es, der ihm die Uhr gegeben hat. Andere Eltern haben nicht gezögert, dies als Angriffspunkt gegen deinen Sohn und deine Familie zu benutzen. Ich muss mich auch im Namen meiner Frau entschuldigen. Nora hat in letzter Zeit ein sehr starkes Bedürfnis danach, mich zu beschützen. Vor allem wegen meiner Gesundheit. Du hast es ja sicher gehört. Ich werde bald mit ihr reden. Vertrau mir. Wenn ich sage, sie wird deinem Kind und mir glauben, sie wird deinem Kind und mir glauben. Wir lieben ihn sehr. Egal, was du im Moment vielleicht denken magst. Edward. Okay. Affappen, wunderschönen Abend. Ja, Mann, voll Patterson und Findus-Vibes hier. Oh, Chris, pass auf dich auf. Da ist ein Kajak. Moment. Oh, kommt eine Erinnerung. Da klingelt was. Machen wir jetzt eine Kajaktour. Oh, das ist aber schon ziemlich demoliert. Okay, muss ich das zusammenbauen? Oh, haben die beiden da ihre Fingerabdrücke gemacht. Ey, sowas habe ich geliebt damals, wo ich im Kindergarten gearbeitet habe. Immer mit den Kindern so rumzumatschen und so Fingerabdrücke zu machen. Kakashi, hab einen schönen Abend. Okay, wir sind wieder fett am Pennen. Was ist das? Achso, muss ich gar nicht vertonen. Da spielt jemand laut Musik. Was soll der Krach? Das finden die meisten Kinder auch immer super toll. Ja, war wirklich immer sehr, sehr lustig. Oh, der Raum, den wir nicht betreten dürfen? Oh, du bist wach. Ich wollte gerade im Garten arbeiten. Hilfst du mir? Klar. Was ist in dem Raum? Nichts, was dich interessieren würde. Zieh dich an und triff mich draußen. Und putz deine Zähne. Ah. Verdammt. Was ist in diesem Raum? Scheiß. Okay, wir müssen da reinkommen. Wir sind, sonst sind wir sauer. Komm, wie stinksauer wir sind. Was könnte da drin sein, in diesem Scheißraum? Mach dich bereit, im Garten zu helfen. Nein, ich will in diesen Raum rein. Abgeschlossen. Mann. Vor allem, wie der Schlüssel auch noch so richtig provokant da obendrauf liegt und wir nicht da dran kommen. Naja, okay, dann lass uns erstmal was anziehen. Junge, diese Haare von diesem kleinen Mädchen sind wirklich... Alter, wie nennen wir sowas? Der Busch. Der Busch. Die erste Woche ist schon vorbei. Wie die Zeit verfliegt. Aber ich muss wirklich sagen, ich liebe dieses Zimmer. Irgendwie viel ich dafür geben würde, nochmal so ein Zimmer zu haben, wo ich immer das Fenster so komplett aufhaben könnte und dann scheint so die Sonne rein und... Man hat so... Man hört Vögel gezwitschern und so. Leider geht das ja bei mir gar nicht, weil ich ja an der Hauptstraße lebe. Junge, wie schön einfach. Das ist einfach aufregend. Okay. Äh, vielleicht müssen wir erst Zähne putzen. Ich dachte, wir müssen uns vielleicht erst anziehen, aber ich glaube, wir müssen vielleicht erst Zähne putzen gehen. Abgeschlossen. Hm. Okay, dann gehen wir mal eben Zähne putzen. Ich liebe einfach dieses Badezimmer, ne? Junge, ist das cool. Okay. Also. Warten wir mal, wie funktioniert das? Ach du Scheiße. Okay. Chatter, schaffe ich. Ich habe schon mal Zähne geputzt in meinem Leben. Okay, so. Und so. Und genau so. Kreisende Bewegungen. Kreisende Bewegungen. Ach so, wir sind fertig. Oha, wie schnell putzt die Zähne. Hallo? Wenn das kein Karies gibt, liebe Lein. Und das Handtuch. Ah ne, Klamotten. Was ist das auf unserem Pulli drauf? Was ist das? Dieser Hut? Was sieht der süß aus? Ich hatte meinen Hut fast vergessen. Dieser Hut ist einfach so riesig. Wahnsinn. Peace of Mind mit 13 Monaten. Dankeschön. Für die 13 Monate Peace of Mind. Ich bin fertig. Dankeschön. Dieses Haus. Ich hoffe, dir geht es gut. Peace. Ich bin früher hergekommen. Aber irgendwas. Mein Vater und seine Mutter haben sich distanziert. Es ist mir schon damals aufgefallen. Ich spürte. Ich spürte, dass etwas nicht stimmte. Und sie haben nie darüber gesprochen. Ist das der Grund, warum ich mich nicht an den Sommer erinnern kann? Hm. Okay. Kein Wasser auf die Zahnbürste. Psychopathen machen sowas. Also, machen es nicht, meine ich. Das muss sein, Wasser auf die Zahnbürste. Oder nicht? Doch, das macht doch jeder, oder? Chat, das macht ja alle, oder nicht? Opa hat früher viel gekocht, glaube ich. Stimmt, Opa ist ja gestorben. Boah, Junge, dieser Raum, ne? So viel Essen. Keine Kekse, nur seltsame Dinge, von denen ich noch nie etwas gehört habe. Okay. Kirschblüte, Funken. Gina, mit fünf Dublonen. Kirschblüte und die Funken nochmal hinterher. Sina, ich wünsche dir viel Spaß beim Einschlafen. Oder ich drücke dir die Daumen, eher gesagt. Gina, ich danke dir von ganzem Herzen für die fünf Euro. Dankeschön. Mega, mega süß von dir. Chat, einmal ein bisschen Liebe auch noch für Gina, für die fünf Euro hier hinterher. Dankeschön, Gina. Ich hoffe, dir geht's gut, Mann. Dankeschön. Alles andere wäre irgendwie auch nicht nice. Nee, alles andere wäre riechekelhaft. Mit Spucke sonst befeuchten oder wie. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht, wie machen Menschen das sonst? Du brauchst doch Wasser. Ich war mir nicht sicher, ob du wirklich helfen wolltest. Ich, ich weiß nichts übers Gärtnern. Dann fangen wir mit etwas Leichtem an. Warum gehst du nicht und holst eine Kelle aus der Höhle? Eine Kelle? Ha, keine Sorge. Das ist eine kleine Schaufel. Du kannst sie nicht übersehen. Okay, suche in der Höhle nach der Kelle. Ich find's irgendwie interessant, dass sie das Ding einfach Höhle nennen. Okay, also Chat, wir brauchen eine Schaufel, eine Kelle. Aber hier ist auch noch ein Tape, seh ich gerade. Du hast eingesammelt ein neues Band. Yay. Dankeschön, Gina. Vielen, vielen, vielen Dank. Nora und Eduard, der Bahnhofsleiter. Oh, geil, das ist wieder so eine Podcast-Folge von Oma und Opa. Also, meine Damen und Herren, der Zug wird in Kürze den Bahnhof verlassen. Liebling, weißt du, wo mein... Was machst du da? Ich, ich nehme eine Nachricht auf für den Zug. Ah, das ist eine großartige Idee. Warum guckst du, als hätte ich dich beim Fremdgehen erwischt? Ich, äh, ich weiß nicht. Es hat sich unsinnig angefühlt. Eduard, mein Geliebter. Alles, was wir machen, ist unsinnig. Du fährst einen Spielzeugzug, ich skizziere unmögliche Gebäude. Das nennt man Ruhestand. Es ist nicht wirklich Ruhestand. Und das weißt du auch. Für mich ist es das. Endlich kann ich Zeit mit meinem Mann und meinem Sohn verbringen. Was suchst du? Mein Füller. Deinen, äh, den in deiner Brusttasche? In meiner Brusttasche. Oh, ja. Genau den. Ich finde die Synchronstimmen bis jetzt, muss ich sagen, wirklich toll. Also die sind echt cool getroffen, irgendwie die zwei. Ich kann leider noch nicht schlafen, hab einen blöden Schlafrhythmus da. Ich fast nur nachts arbeite. Oh, okay. Ja, das kann ich, das kenne ich. Mal und hab einen schönen Abend, man. Pass auf dich auf. Okay. Also übrigens auch für alle Leute, wenn ihr jetzt schlafen geht, ihr könnt, wie gesagt, morgen einfach dann das VOD hier praktisch auf YouTube nachgucken. Macht euch keinen Stress. Nehmt euch die Zeit dafür. Und schlaf ist immer sehr wichtig. Könnt euch die Videos dann immer nachgucken. Das werde ich auf jeden Fall dann morgen versuchen, wieder hochzuladen. So wie heute auch. So um 18 Uhr oder so. So, was haben wir hier? Du hast gesammelt die Kelle. Dam, dam, da. Oma hatte ja recht. Es sieht wirklich aus wie eine kleine Schaufel. Und wir haben einen neuen Sticker gesammelt. Wow. Wow. Ein Kajak. Cool. Mimi, hast du die Kelle gefunden? Ja, ich bin unterwegs. Okay, wir finden also das Kajak sehr interessant. Rätselhaft. Ich glaube, damit können wir dann wieder ein Gedicht machen oder so, ne? Mit diesen, mit diesen rätselhaft Sachen. Also die so immer irgendwo aufploppen, diese Schriftdinger. Okay. Du hast dir Zeit gelassen. Alles in Ordnung? Du hast ja einen Kajak. Oder du hast einen Kajak? Ja, es hat deinem Papa gehört. Aber es ist kaputt. Oh, oh nein. Ich wünschte, ich könnte damit fahren. Konzentrieren wir uns heute aufs Gärtnern, okay? Ich muss das Unkraut jäten. Ja, ja. Okay, jetzt kommt wieder die Kinderarbeit. Müssen wir wieder schuften. Jäte das Unkraut. Okay, machen wir. Junge, Unkraut zupfen musste ich damals so oft einfach. Ich hab das, als ich jünger war, also was heißt musste, teilweise auch musste, aber ich hab das einfach damit zu meinem Bruder gemacht, als wir jünger waren, so um einfach Geld zu verdienen bei so älteren Omas und Opas. Dann haben wir denen immer so das Unkraut gezupft, so im Vorgarten und so. Also, Papa hatte ein Kajak. Ja, hatte er. Dein Großvater und dein Vater sind früher zusammen Kajak gefahren. Nun, dein Vater hat es nicht wirklich Spaß gemacht. Oh, okay. Mhm. Dem hat das keinen Spaß gemacht. Wie, wie ist das Kajak kaputt gegangen? Eines Tages, als sie, do, do, nö, ziemlich rau war, ist es ein paar Felsen, in ein paar Felsen gekracht. Re, reingekracht? Boah, so cool. Maria, einen wunderschönen guten Abend. Einfach geschrottet. Können, können wir das Kajak reparieren? Hm, darüber muss ich nachdenken. Ah. Okay. Raus mit dir, Unkraut. So. Ich, ich glaube, ich bin fertig. Nun, dann lass uns etwas einpflanzen, ja? Wirklich? Natürlich. Zuerst graben wir ein Loch, mithilfe der Kelle. Okay, erstmal ein Loch. Zack. Grabe ein Loch. Ich finde es voll süß, dass man das so alles so selber machen muss mit der, also mit der Maus. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie ist das voll süß gemacht. Dann suchen wir eine Pflanze aus. Welche möchtest du? Okay, Jack, was nehmen wir? Thymian, Salbei oder Rose? Ich finde, das Salbei sieht irgendwie cool aus. Hier, das sieht süß aus. Salbei ist einer meiner Lieblingspflanzen. Perfekt für Tomatensauce. Davon bekomme ich Hunger. Warte mal, was ist mit dem Thymian? Der Thymian sieht aber auch cool aus. Das sieht ein bisschen aus wie so Fahnen. Thymian ist toll zum Kochen und für Kräutertees. Damit kann man nichts falsch machen. Ich finde, der sieht ein bisschen nach Fahnen aus. Ich liebe Fahnen. Aber ich mag so, so, ja, nee, komm, nehmen wir das. Das ist so mehr grün irgendwie. Salbei, ich liebe es. Wenn du Salbei in deinem Tomatenrezept verwendest, dann pflanzen wir Salbei. Okay. Entferne den Topf. Jetzt füllen wir das Loch mit Erde auf und machen einen kleinen Berg, um die Pflanzen zu sichern. Wie süß einfach. Seid ihr schon viel weiter als gestern? Nein, nein, wir haben eben erst angefangen. Sehr gut, Mimi. Zum Wachsen braucht eine Pflanze Sonnenlicht. Zeit und Wasser. Ganz genau. Wenn du etwas einpflanzt, musst du es viel gießen. Okay, also wir brauchen Wasser. Es ist wirklich einfach wie so ein bisschen so ein ASMR-Spiel, ne? Aber diese ganzen kleinen Töne und so. Gieß dir die Pflanze. So, jetzt bin ich gespannt, wie sich das anhört. Äh, huch. Da ging wohl einiges daneben, hör mal. Du hast einen neuen Aufkleber gesammelt. Salbei. Sehr cool. Der Charakter Mimi erinnert mich so ultra an meine kleine Schwester. Das ist sehr knuffig. Ach krass, echt? Das ist ja süß. Gute Arbeit. Ich habe mir gedacht, ich muss noch ein paar Dinge auf dem Markt holen und dort können wir Sachen kaufen, um das Kajak zu reparieren. Was meinst du? Tja, ich meine, kann man es reparieren? Oh, ja. Wir brauchen einen bestimmten Kleber, einen wasserfesten. Vielleicht etwas Holz, um die Löcher zu stopfen. Hm. Können wir, können wir es wirklich schaffen? Ja, das können wir. Juhu. Also, worauf warten wir dann noch? Alter, wie cool, Mann. Lena, danke schon für dein Follow. Hey, herzlich willkommen. Also, Chat, es geht ab in die Stadt. Oder auf den Markt. Ich hoffe, ihr habt... Ja, was habt ihr eigentlich? Ich hoffe, ihr habt Geld dabei. Wir müssen, glaube ich, ein paar Dinge kaufen. The Money. Wir brauchen Money. Money, Money. Das Haus verlassen. Wir gingen zusammen. Was das für eine Reise war. Gehe mit Nora auf den Markt. Okay, ich schätze mal, wir müssen wahrscheinlich hier runter, oder? Alter, Nora ist einfach so schnell, man sieht nur noch ihre Fußabdrücke. Nora hat von ihrem Leben erzählt. Von ihren Reisen. Bin broke? Okay. Ich gebe aus Toxic auf den Markt, okay? Geht auf mich. Ich mochte sie. Ich kann es jetzt sagen. Kinsala hat mich reich gemacht heute. Da kann man auch mal teilen. So charmant. Und ja, manchmal sahen ihre Augen traurig aus. Manchmal sahen ihre Augen also traurig aus. Boah, hier ist Oma rübergehüpft. Alter, krass. Timmer rief Schlaf gut und pass auf dich auf. Ah, hier waren wir ja schon. Hier haben wir ja schon Fotos gemacht gehabt. So charmant. Und ja, manchmal sahen ihre Augen traurig aus. Achso. Du hast einen neuen Ort freigeschaltet. Der Wald? Boah, wie cool, man. Chad, wir haben den Wald freigeschaltet. Er hat gesagt, dass ich genau wie Nora aussah, wenn ich tat träumte. Er hat das natürlich gehasst. Er mochte seine Mutter nicht und hat mir nie den Grund dafür gesagt. Ich dachte auch, die wäre da rübergehüpft. Ja, dachte ich gerade auch erst, dass die erst mal das Wasser gegangen ist. Es gibt sogar Apps für das Gegenteil, dass der Bildschirm die ganze Nacht anbleibt. Okay, warum will man denn, dass der Bildschirm die ganze Nacht anbleibt? Das ist ja auch interessant. Diese Musik einfach. Wir sind richtig hyped darauf, diesen Markt zu besuchen. Boah, das ist aber süß. Alter, das ist ja mega süß. Okay, das ist also das Städtchen und dort ist wahrscheinlich auch der Markt. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwas cooles kaufen können. Oh, Chat, jetzt wird es laut. So viele Menschen, ist das widerlich. Aber es ist voll süß gemacht. Krass, das ist ja eine richtige, das sieht aus wie eine Burg oder so. Okay, kriegen wir jetzt eine Einkaufsliste? Du hast einen neuen Ort freigeschaltet, der Markt. Süß, die Symbole immer. Okay, was müssen wir machen? Willkommen auf dem Markt, mein Liebes. So viele Leute, das ist ja verrückt. Ich hab es dir doch schon gesagt. Wir sagen nicht verrückt. Aber ja, es ist sehr voll hier. Ja, Chat, wir sagen nicht verrückt. Okay. Ihr, ich habe aufgeschrieben, was wir kaufen müssen. Würdest du dich darum kümmern? Ich? Aber Mama lässt mich nie alleine einkaufen. Sie sagt, es sei zu gefährlich. Ich vertraue dir. Du bist schon zwölf. Ich bin nicht weit weg. Ich will nur ein paar alten Freunden Hallo sagen. Cool. Ich bin bald mit allem wieder da. Chat, das erste Mal dürfen wir selber einkaufen gehen. Krass. Ach du Scheiße. Okay, wir haben einige Händler zum Abklappern. Äh, kauf die Dinge, die auf der Liste stehen. Baguette, Kleber, Holz, Rhabarber, Tomatensamen, Milch. Okay, hier links war irgendwo jemand, oder? Warte mal, war hier nicht links jemand? Ah, hier ist jemand. Oh, der sieht lustig aus. Hallo. Er hat Käse, Butter, aber keine Milch. Hallo, hast du noch Milch übrig? Äh, äh, ich sollte noch welche hier haben. Oh, sie ist verschwunden. Das muss dieses verflixte Kind gewesen sein. Welches Kind? Hier gibt es einen Dieb und er pfeift immer vor sich hin. Das treibt alle in den Wahnsinn. Oh, der Pfeifer. Ihr Armen. Okay, Milch können wir schon mal nicht besorgen. Was haben wir da? Einen Sticker. Können wir zum Meckes gehen? Ich glaube, die haben hier keinen Meckes. Also, das wird schwer, einen Meckes zu finden. Aber ich gebe mein Bestes, uns einen Meckes zu besorgen. Okay, wen haben wir hier? Hier ist doch auch bestimmt irgendwo jemand, oder? Hier? Okay, hier ist noch jemand. Eine Dame. Okay, was hat sie? Guten Morgen. Hallo, Süße. Was kann ich für dich tun? Äh, wir brauchen Tomatensamen. Du bist Noras Enkelin, nicht wahr? Ja, die bin ich. Es ist ja so schön, dich kennenzulernen. Ich glaube, das sind die Samen, die sie haben will. Vielen Dank. Burger King. Burger King? Oh, das weiß ich jetzt auch nicht. Okay, wir haben Tomatensamen. Perfekt. Hier ist noch was. Noch ein Sticker. Okay, wir haben noch ein Sticker gesammelt. So. Achso, wir müssen dann immer zurücklaufen. Okay, da waren wir. Wen haben wir hier? Hier ist noch jemand. Hallo. Guten Morgen. Ich brauche etwas Rhabarber. Aber ich weiß nicht so genau, wie der aussieht. Das sind diese Stangen dort drüben. Brauchst du ihn für einen Kuchen oder für Marmelade? Äh, ich weiß nicht. Meine Oma hat einfach nur Rhabarber gesagt. Dann nimmst du besser ein paar grüne und ein paar rote. Lass sie nicht zu lange liegen, bevor du sie isst. Sonst noch etwas? Äh, nein, das war es schon. Habt noch einen schönen Tag, kleine Dame. Süß. Immer wieder schön hier. Ob aktiv im Chat oder einfach nur im Lücken. Deine Streams beziehungsweise der Podcast sind immer eine schöne und wohltuende Auszeit. Junge, sie ist richtig happy. Auf die nächsten 19 Mullen, L-Mullen, 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 L-Mullen. Doppelmoral. Dankeschön für die 19 Monate. Auf die weitere, auf die nächsten 19 Monate. Ich knutsch dich, Mann. Dankeschön. Vielen, 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 vielen Dank für deine lieben Worte. Und schön, dass du schon so lange dabei bist. Ich hoffe, du hast soweit einen guten Tag. Müssen wir nicht bezahlen? Quatsch. Warum sollten wir denn bezahlen? Wir klauen einfach alles. Okay, hier kommen wir aber anscheinend nicht weiter. Junge, wie diese Frau einfach durchgehend grinst. Und die hat einfach ein Herzlachen. Oder ein Herzmund. Ist ja gruselig. Gut gelaunte Menschen. Okay, hier haben wir alles. Den haben wir. Hier haben wir. Hier haben wir noch jemanden. Liz, ein wunderschöner Abend. Mein Tag war soweit gut. Arbeit war anstrengend, aber ich habe es gepackt. Sehr gut. Oh, wir haben eine süße Ente bekommen. Hier ist noch ein Tape, glaube ich. Ein neues Band. Oh, nice. Das sollten wir am besten sofort anhören, bevor ich es vergesse. Nora und Edward. New York City. Oh, die zwei waren in New York City-Chats. Ich finde es voll süß, dass der Opa dann immer diese Aufnahmen gemacht hat. Voll die geile Erinnerung eigentlich. Isana, einen wunderschönen Abend. Nein, mein Tee ist leer. War nicht erst noch trocken? Du hast heute aber gute Laune. Oh, ich habe mich an unsere Reise nach New York erinnert. Das Empire State Building und alles. Das war eine nette Pause hiervon. Oh, du konntest gar nicht aufhören, an deinen Garten und die Blumen zu denken. Stimmt doch gar nicht. Ich, naja, vielleicht stimmt es ein wenig. Ich wünschte, Fabrice hätte mit uns kommen können. Er liebt die Staaten so sehr. Zwei Wochen mit seinen Eltern in einem kleinen Hotelzimmer in Brooklyn zu verbringen, wäre vermutlich nicht sein Traumurlaub gewesen. Nun, es hat uns einige Streits erspart und... Was? Nein, nichts. Ich habe nur gerade gedacht, dass ich ihn vermisse. Auch wenn er deine Persönlichkeit hat. Oh ja, ja. Warte mal. Was willst du damit sagen? Nichts. Komm sofort zurück. So, jetzt hat auch mal Riech auf die Fresse bekommen. Es gibt nichts besseres bei einer langen Fahrt als einen gemütlichen Streamliss. Komm gut heim oder wo auch immer du hinfährst. Und pass auf dich auf. Hab eine gute Reise. Das freut mich wirklich sehr. Warte mal, hier stand noch gerade irgendwas. Ruhig. Okay, nehmen wir das auch noch mit. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt alle Stände finden. Guck mal, Milch ist schon mal gestorben. Hallo. Hi. Meine Oma und ich brauchen was... Was her? Festen Kleber. Und etwas Holz. Wir wollen ein Kajak reparieren. Oh, äh, tut mir leid. Du bist zu spät. Die letzte Tube, die ich hatte, wurde von ein paar Minuten stibitzt. Stibitzt? Ja, gestohlen. Ich bin mir sicher, es war dieser kleine Halunke. Ein Kind in deinem Alter. Eine richtige Nervensäge, wenn du mich fragst. Oh, okay. Danke trotzdem. Schnarchs, auch noch mit zwei verschenkten Subs. Dankeschön. Alter, dieser kleine Junge klaut uns einfach alles. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl. Glaubt ihr, glaubt ihr vielleicht, wir lernen diesen kleinen Jungen noch kennen? Schnarchs, ganz, ganz viel Liebe auch noch an dich für die zwei verschenkten Subs. Nochmal eben zwei Leute aus der Werbung befreit. Fühl dich umarmt. Wirklich, Dankeschön für den Support. Danke, danke, danke. Freut mich wirklich sehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir lernen den noch kennen. Ich weiß, uns fehlt ein Baguette. Irgendwo müssen wir noch ein Baguette kaufen. Aber hier waren wir, ne? Ah, hier. Oh, komm, wie süß die ganzen Katzen hier. Okay, irgendwo gibt es hier ein Baguette. Und wir lernen bestimmt den kleinen Jungen kennen. Oh, das ist aber süß, der Laden. Alter, wie geil. Hallo. Hallo, ich würde gerne ein Baguette kaufen. Klar, klar. Hier, hier, bitteschön. Danke. Du bist so höflich. Hab noch einen schönen Tag. Alter, wir haben ein fettes Baguette. Nice. Boah, auf dem Baguette hält es jetzt auch Bock. Junge, der Laden ist mega süß. Keine Milch, kein Kleber. Ah. Ich sollte zu Nora zurückkehren. Okay, warum habe ich das Gefühl, wenn wir jetzt zu Nora zurückkehren, werden wir diesen Jungen über den Weg laufen? Irgendwas passiert doch. Oder? Irgendwas wird safe passieren. Wir werden diesen Jungen kennenlernen. Okay, wir haben hier noch Menge. Guck mal, die spielen einfach mit Murmeln auf der Straße. Wie geil. Zwiebel, machst du gemütlich, Mann. So, dann gehen wir mal eben zurück zu Nora. Uns fehlen einige Sachen, die dieser Junge geklaut hat. Oma sagte, es ist sicher, äh, sagte, es ist sicher, es kann nichts passieren. Und dann ist da ein Junge, der klaut. Ob das, ob das so sicher ist, bezweifle ich. Ja, ein kleiner Junge. Wird nicht so schlimm sein, oder? Hast du alles? Fast, ich, ich habe keine Milch bekommen. Äh, wir können Milch woanders holen. Oder Kleber, oder Holz. Oh, Mimi. Irgend so ein Kind hat das alles gestohlen. Ein Kind? Vielleicht, vielleicht ist er noch hier. Was weißt du über unseren kleinen Dieb? Er pfeift. Das ist das Einzige, was ich weiß. In Ordnung, wir finden ihn, ja? I, ich, ja? Ja. Wir finden ihn. Riesen, danke schön für dein Follow. Ich muss ein Foto von ihm machen. Warte mal, was? Schnell, schnell, Mimi. Warte, was? Wo? Was? Wo? Er ist es. Er muss es sein. Da war er. Ich habe ihn gesehen. Du Bengel. Ich habe ihn. Oh mein Gott, eigentlich sitzt sein Kopf hinter der Pflanze. Schneise, ich ignoriere einfach mal, was du geschrieben hast, okay? Sieh, du hast den Dieb erschreckt. Er hat seine Tasche fallen lassen. Oh, dieser kleine Bengel. Wow, darin ist alles, was er gestohlen hat. Komisch. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, wirkt es, als hätte sie gewusst, wer der Dieb war. Bring doch die ganzen gestohlenen Sachen zurück. Ich bin sicher, die Verkäufer werden sich freuen. Gute Idee. Danke, Mimi. Gut gemacht, Mimi. Jetzt sollten wir nach Hause gehen. Wie süß. Ich erinnere mich jetzt, wie gut es sich angefühlt hat, anderen Leuten zu helfen und meine Zeit für sie zu opfern. Wie konnte ich all das vergessen? Oh, wie schön. Oh mein Gott, wie schön. Okay, das liebe ich, Alter. Und dieser da? Das ist kein Stern. Sieh mal, wie schnell er sich bewegt. Das ist ein Satellit. Wow. Und der große blaue Stern da drüben? Das ist Sirius. Der hellste Stern, den wir sehen können. Genau wie du. Haha, ich bin kein Stern. Aber fast. Sag mir mal, die war es heute. Wie fühlst du dich? Glücklich, aufgeregt, toll. Wir sind glücklich. Bist du wirklich jeden Abend live fast tatsächlich, ja. Ich, ich fühle mich glücklich. Super glücklich. Ich hoffe, dass diese Ferien niemals zu Ende gehen. Nun, ich wünsche mir dasselbe. Oh, wie süß. Kajak, Garten. Garten, Kajak in dem Garten. Es war so schön, mit dir im Garten zu arbeiten. Ich bin für deine Hilfe sehr dankbar, junge Dame. Dieb, Markt, Händler. Händler, Markt. Der Markt war so farbenfroh. So ist er immer. Voller Leben und Farben und Energie. Also, die erste Hälfte deiner Ferien sind um. Ich bin mir sicher, die zweite Hälfte wird sogar noch besser. Ich, ich weiß, dass sie das wird. Was ist los, Mimi? Machst du dir über irgendetwas Gedanken? Nein, nein, es ist bloß... Ich denke an den Dieb. Ich frage mich, ob er gezwungen war, diese Sachen zu stehen, oder ob es bloß ein Spiel war. Ah, nun, das ist ein weiteres Rätsel, das Mimi, die brillante Reporterin, lösen muss. Ich bin keine Reporterin. Deine Mappe da ist wie eine Zeitung, meinst du nicht? Ah, okay. Vielleicht hast du recht. Übrigens ist es Zeit, meine Seite zu machen. Deine eigene Seite anfertigen. Okay, Chat, das ist mal wieder soweit. Wir dürfen unsere eigene Seite machen. Also, äh, oh, scheiße, wir haben... Alter, wir haben voll viele Fotos verpasst. Huch! Da hätte ich aber besser mich umsehen müssen. Ja, dann nehmen wir einfach das Foto hier. Zack. Machen wir wieder so ein bisschen schräger. Machen da ein paar Sticker zu. Oh, die Sticker sind aber mega schön. Eine Briefmarke. Okay, die sind voll schön. Machen wir einfach so daneben. Und schreiben noch ein Gedicht. Menge glücklich. Wir machen ein glückliches Gedicht. Ein Gedicht erstellen. Glücklich, Glück. Fühle mich leicht und glücklich. Von Fröhlichkeit weggeschwemmt. Fühle mich leicht und glücklich. Hört sich gut an. Fühle mich leicht und glücklich. Ich fühle mich leicht und glücklich. Von der Ruhe getragen. Fühle mich leicht und glücklich. Von der Ruhe getragen. Die Schönheit raubt mir den Atem. Zack. Das sieht super aus. Also das Spiel ist wirklich mega, mega süß. Ich bin mal gespannt, Ich bin gespannt, ob wir... Ich hab irgendwie das Gefühl, Ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir uns wirklich vielleicht noch mit diesem kleinen Jungen anfreunden oder so vielleicht. Alter, die ne große Brille. Das fällt mir jetzt erst auf. Kapitel 4. Die Spitze der Welt. Okay. Da ist ein Boot abgebildet. So viele Erinnerungen. So viele Momente. Der Rest des Abends ist wohl dort oben auf dem Dachboden. Wow. Fühle mich nicht so gut. Vielleicht hilft da eine Tasse Tee. Okay. Mach etwas Tee. Okay. Machen wir uns einen kleinen Tee. Das Spiel ist wirklich sehr cute, ja. Sehr, sehr cool einfach, dass ich das noch gefunden hatte. Aus Zufall auf meiner Wishlist. Ich hatte das irgendwann mal in der Wishlist und hab gesehen, dass es das im Xbox Pass gibt. Also in diesem Game Pass. Oh, scheiß. Unser Vater schreibt. Das kannst du nicht ernst meinen. Mimi, du musst einen Job finden. Nicht dieses verfluchte Haus aufräumen. Verflucht? Inwiefern? Sag mir, warum? Ich muss keinen Job finden. Ich muss meine Erinnerungen in Ordnung bringen. Junge, Papa, Halt, Maul. Scheiß, mal auf Arbeiten. Schnauze jetzt. So, wir machen uns jetzt erstmal ein Teechen. Und der hat schon wieder geschrieben. Aufräumen ist nächsten Freitag dran. Deine Mutter macht sich Sorgen. Sie kann mich anrufen, wenn sie will. Ich bezweifle, dass ihr das tun wird. Sie soll mich anrufen, wenn sie Sorgen macht. Aufräumen ist nächsten Freitag dran. Das ist mein letztes Wort in der Sache. Okay. Der Dad ist irgendwie ziemlich abgefuckt immer, ne? Highlights bleiben für immer, oder? Ja. Ach du Scheiße. Wer kann das lesen? Pardon, pour la... Ich kann gar kein Französisch. Gar nicht. Nicht mal ansatzweise. Pardon. Pardon, pour la... Redaction. Ähm. Wurde das Spiel eigentlich per Hand gemalt? Das sieht so schön aus irgendwie. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie das mit Hand gemalt haben. Mit einem Pinsel dann wahrscheinlich oder so, ne? Gina, auch noch mit ihrem ersten Prime Sub. Dankeschön, Gina. Dankeschön. Hör mal, erst mit dem 5 Euro und jetzt mit dem Prime Sub und der. Ich danke dir doch von Herzen. Dankeschön. Meine liebe Nora. Tausend Dank für deinen Besuch in Mexiko. Wir vermissen dich und dein Lächeln schrecklich. Wie besprochen, habe ich für dich ein kleines Paket mit Geschenken aus meinem Land vorbereitet, die dir hoffentlich Lust machen. Wiederzukommen. Sei vorsichtig mit der Schokolade. Sie ist extrem bitter und gewöhnungsbedürftig. Von unserem Treffen habe ich an meiner Arbeit und meiner Agentur gezweifelt. Aber deine Reise hat unser Leben verändert. Unser Haus hier in Mexiko steht für immer für dich offen. Herzliche Grüße. Matteo. Das andere lese ich einfach nicht vor. Matteo. Was ist wirklich passiert zwischen Ihnen und Nora und mir in dem Sommer? Schnarchs giftet der Tier 1 Sub, du der Wohne Riesen. Schnarchs. Dankeschön auch an dich, Mann. Dankeschön. So, wir machen uns jetzt erstmal einen leckeren Tee, Chats. So. Stell den... Achso. So, Deckel auf. Jetzt hat er erstmal einen Tee gekocht. Schnarchs. Dankeschön für den weiteren verschenkten Sub. Dankeschön. Guck mal, da hat Riesen sogar sofort ein Sub geschenkt bekommen. Einfach von der Werbung befreit. Danke, Nora, dass du bei guten, alten Wasserkochern geblieben bist. Ja, aber was soll man denn sonst nehmen? Was macht man sonst? Okay, Chad, welche Tasse nehmen wir? Wir nehmen die hier. Die sieht schön aus und vor allem ist die riesig. Man muss immer Tee in riesen Tassen trinken. Und dann nehmen wir... Oh, Thymian. Das riecht so gut. Okay, was haben wir noch? Thymian. Hm. Orangenschale und ist das Salbei? Interessant. Weißer Tee und Rose. Sieht aus, als hätte sie diesen selber gemacht. Den trinken wir. Wenn der selber gemacht ist, trinken wir den. Das klingt sehr cool. Okay. Warte, was muss ich jetzt machen? Achso, ein Löffel. Ich habe noch einen Teekessel. Oh, das ist krass. So. Nora war auch nicht einfach. Vielleicht war das das Problem. Zwei sehr starke Persönlichkeiten und dann ist da noch dieser Dieb. Was ist passiert? Was ist wirklich passiert? Fragen über Fragen, Chad. Äh, gieße Wasser in die Tasse. Ach du Scheiße, jetzt fängt das schon wieder an. Okay, das muss ich jetzt wieder abdingsen. Sieht gut aus, oder? Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ja, das sieht sehr gut aus. Super. Alter, dafür habe ich eine Errungenschaft bekommen, glaube ich. Das ist so cool gemacht, dass man so diese ganzen Sachen so anfasst. Aber auch noch so ein Gasherd, Ofen und so ein Kram. Liebe, die sind 60er, 70er. Hä, das ist ja übel krass. Wir haben einfach nur so einen abgefuckten Wasserkocher. Das erklärt deine Sonnenblumen-Situation, hinter der du dich manchmal hier im Stream versteckst. Stichwort Tee aus großen Tassen. Ja. Also wirklich, ich fuck mich übertrieben darüber ab, wenn man Tee aus kleinen Tassen trinkt. Bruder, was bringt mir das? Einen Schluck, dann ist der Tee weg. Hä, was soll ich denn damit? Deswegen mache ich mir mal Riesentassen. Finde ich sehr wichtig und richtig. Der Tee ist noch zu heiß. Ich trinke ihn später. Zeit, den Dachboden anzuschauen. Okay, jetzt wird es spannend, glaube ich. Finde einen Weg in den Dachboden. Okay, warte mal. Den Tee lassen wir einfach hier. Okay. Das ist doch bestimmt so ein Dachboden, den man so runterziehen muss, oder? Ist ja meistens so. So, schreibt uns wieder Papa. Nee, Dom. Ich weiß immer noch nicht, wer das ist. Die Agentur hat heute einen weiteren Texter gefeuert. Todd, diesen Briten. Ich mochte ihn. Er hatte Glück. Das ist so ein furchtbarer Ort. Ich weiß auch nicht, ob die Textnachrichten irgendwie eine Bedeutung haben. Ist das vielleicht der Dachboden? Nora hat den Schlüssel immer genau hier hingelegt. Lustig, wie der Schlüssel noch da ist und dass ich erwachsen wurde und sich das Haus kaum verändert hat. Anders als ich, schätze ich. Das heißt, wir kommen sogar an den Schlüssel dran. Wow. Okay, Chad, jetzt bin ich mal gespannt. Habe ich eigentlich viel verpasst im letzten Monat? Also ich war eine Woche im Urlaub. Also ich habe es eine Woche schon mal gar nicht verpasst. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Wir haben viel Fall of Perkabine, glaube ich, gespielt im letzten Monat. Katja, danke schön für dein Follow. Hoffentlich ist die Mappe hier drin. Die Mappe oder die Kiste? So, jetzt kommt der Dachboden. Chad, habt ihr einen coolen Dachboden, wenn ihr überhaupt einen habt? Oder habt ihr so einen ganz schrecklich hässlichen? Okay, der ist cool. Unserer ist ekelhaft des Todes. Also der ist nicht ausgebaut mäßig. Und da willst du nicht leben. Also vor allem, ich könnte da, glaube ich, nicht mehr stehen, weil ich zu groß bin. Ich wusste nicht, dass meine Großeltern Nerds waren. War das im Jahr 1982 das richtige Wort? Vielleicht war es damals normal, einen ganzen Raum für die eigenen Spielzeugeisenbahnen zu besitzen. Einfach Sheldon Cooper. Hässlich? Ja, unsere auch ganz schrecklich. Genauso wie Keller. Keller auch geisteskrank hässlich bei uns. So ein richtiger Ekelkeller. Nora. Die Woche ist anstrengend. Auf aufgeregte Kinder in der Schule und viele Tests zum Korrigieren. Fabrice ist wieder weggelaufen. Ich habe ihn am Bahnhof gefunden, wo er auf einen Zug gewartet hat. Er wusste nicht genau, wohin er wollte, aber er wollte weg. Wir haben geredet, so viel wir konnten. Du weißt, wie sehr er mir ähnlich sieht. Aber er hat es nicht erzählt und ich auch nicht. Aber er hat nichts erzählt und ich auch nicht. Auf dem Heimweg... Ach stimmt, das ist der Opa, glaube ich. Stimmt, muss ich eigentlich wie ein Opa vertrauen. Auf dem Heimweg haben wir an einem kleinen Strand in der Nähe von Rogue blablabla angehalten und ein Eis gekauft. Ich musste an dich denken, weil du bestimmt einen Weg gefunden hättest, an ihm heranzukommen. In einem Baum über unseren Köpfen hing ein Blatt, das von einem Spinnennetz gehalten wurde. Das Blatt hat sich um sich selbst gekringelt, wollte aber nicht zu Boden fallen. Ich habe es so lange beobachtet, bis Fabrice aufgestanden ist, das Blatt abgerissen und sich wieder hingesetzt hat, um sein Eis zu essen. Erzähl uns weiter von deinen wunderbaren mexikanischen Abenteuern. Sie sind traumhaft. In Liebe, Eduard. Keller geht noch, da bin ich da gerne im Sommer, weil es schon kühl ist. Boah, da ist... Also ja, bei uns ist es dann auch kühl natürlich, aber der Keller ist so ekelhaft. Da will ich nicht sein im Sommer. Bin gerade aufgewacht und kann ich weiterschlafen. Hey Amy, einen wunderschönen Abend. Dann kannst du vielleicht noch ein bisschen hier chillen und vielleicht schläfst du dabei ein. Ein Keypad? Vielleicht öffnet das etwas. Wie ich sie kenne, haben meine Großeltern vermutlich irgendein seltsames Spiel entwickelt. Ich sehe mich besser um. Es muss hier irgendwo ein Code oder so etwas geben. Okay. Gib den richtigen Code. Ach du Scheiße, Chat. Okay. Sonne, Herbst, Winter. Achso, es ist Sommer wahrscheinlich, ne? Sonne, oder? Sommer, Herbst, Winter, Frühling? Okay, das könnte vielleicht ne... Was hat das aber mit Zahlen zu tun? Was könnte das mit Zahlen zu tun haben, die Monate? Weiß ich, ich meine, es sind ja immer mehrere Monate, die der Sommer ist und so, ne? Sind es vielleicht die Monate praktisch, wie lange eine Jahreszeit ist oder so? Oh, da ist es Zufall, dass das da steht. Aber ich glaube nicht. Kassetten, sieht aus, als wären sie wichtig. Vielleicht verraten sie mir den Code. Ah ja, guck mal, hier haben wir auch wieder Sommer. Ah ja, drehe den Kassettenbehälter. Junge, das sieht aus wie ein Fahrstuhl. Okay, lass uns mal ausprobieren. Oh. Oh, interessant. Wartet mal. Das könnte der Code sein, den ich brauche. Jawohl, ja, probieren wir es aus. 7, 2, 4, 5. 7, 2, 4, 5. Natürlich. Ja. Wird schon schief gehen. Alter, jetzt, bumm, Explosion, Haare stehen uns zu Berge. Okay, was bringt das? Die Eisenbahn fährt. Ich muss die Brücke wieder runter machen wahrscheinlich, oder? Ich kann mich nicht bewegen. Ich muss, ja, warte mal. Hier war, ja, die Brücke. Dieser, dieses Zeug ist uralt. Das klingt was. Da klingelt was. Da klingelt was. Okay. Zack. Okay. Walkman-Recorder. Wie geil. Okay, und jetzt? Batterien alle? In Ordnung. Hören wir mal rein. Mein Keller habe ich umgebaut zu einer kleinen Holzwerkstatt. Wow, übel cool. Das hört sich richtig schön an. Ah, jetzt sind wir also wieder in Erinnerung. Boah, Alter, genauso wache ich immer auf, wenn der Postbote morgens bei uns ist, ne? Also der, der, hier der, ja doch, der Postbote. Oder Briefträger manchmal auch schon. Junge, so anstrengend, ne? Junge, wer klingelt denn so? Das ist jemand, der riecht auf die Fresse. Wenn jemand so klingelt, boah, das ist wirklich so ein, bitte, bitte hau mir ins Gesicht. Oha, wie ganz, wie wir uns ganz heimlich da sofort reinschleichen einfach, während Oma die Tür aufmacht. Wie frech. Richtig sneaky-like. Wow. Ich wusste nicht, dass Oma so war. Warte mal, was? Wow. Ich wusste nicht, dass Oma so war. Das ist, das, das wird mir niemand glauben. Erkunde den Dachboden. Bin die letzte Stunde weggepennend, was habe ich verpasst? Boah, Smokey, wir haben wirklich, wir haben das Stummgewehr von Opa gefunden und haben den ganzen Dachboden abgerissen. So, hier haben wir noch eine Kassette. Ein neues gesammeltes Band, yay, cool. Okay, was hat Opa diesmal aufgenommen für den Podcast? Es nimmt auf. Also, Etoile, wie fühlst du dich? Müde, aber fantastisch. Müde, weil ich vier Stunden damit verbrachte, habe dem langweiligsten Arzt aller Zeiten zuzuhören. Fantastisch, weil sie gute Nachrichten für uns hatte. Ausnahmsweise. Vollständige Remission. Vollständige Remission, vollständig, komplett. Was bedeutet, dass wir Weihnachten mit Mimi zusammen planen können? Das wäre wundervoll. Können wir die Aufnahme stoppen? Wieso? Ich fühle mich nicht gut. Kannst du, kannst du bitte anhalten? Ja, sicher. Ich muss mich übergeben. Oh, shit. Ist der, oh nein. Okay, wahrscheinlich ab dem Band wird er erkrankt, kann das sein. Vielleicht führt dann Nora oder so diesen Podcast in Anführungszeichen weiter. Ai, 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 ai. Der ist bestimmt gestorben dann irgendwann halt daran oder so. Okay, hier haben wir noch einen kleinen Sticker. Sehr cool. Unser Keller besteht aus fünf Räumen. Waschkeller, Werk- und Heizungskeller. Da haben wir ein ehemaliges Bastelzimmer, ein Badezimmer und Vorratskeller. Alter. Okay, eine coole Kiste auch noch. Mhm. Sieh dir das an. Wie ein echter Zug. Wenn sogar noch besser. Was ist das für ein Ding? Titano, einen wunderschönen guten Abend. Hey, du hast eingesammelt den Rekorder. Oh, ich kann damit Geräusche aufnehmen. Das ist so modern. Vielleicht kann ich den Zug aufnehmen. Wie wundervoll. Ich wünschte, ich könnte mit dem Zug zurück nach Hause fahren. Ich sollte ein Bild von diesem tollen Ort machen, solange ich hier bin. Das sieht mega schön aus. Okay, lass uns mal ein Foto machen. So, alleine das sieht voll cool aus. Okay. Übelst cool. Klingt ungefähr so groß, äh, klingt ungefähr so groß wie meine Wohnung. Und dann komme ich einfach mal in meinem Zimmer, ey. Wow. Schnaichs, hab einen schönen Abend. Pass auf dich auf. Oh oh. Oh oh. Super. Oh, tut mir leid. Die Tür stand offen und, äh. Ist schon gut. Dieser Ort ist ein sehr besonderer Ort. Dein Großvater und ich haben ihn genutzt, um uns auszuleben. Seit er verstorben ist, habe ich, habe ich ihn für mich behalten. Er ist wie eine Art Tempel, wenn du weißt, was ich meine. Es ist nicht gut, das zu tun, vermute ich. Orte, Objekte. Sie sollten viele Leben haben. Genau wie dieser Kassettenrekorder, den du gefunden hast. Ich hätte fragen sollen. Vielleicht. Aber jetzt gehört er dir. Kommst du mit runter und reparierst mit mir das Kajak? Ja. Orte, Objekte. Sollten viele Leben haben. Bald werde ich Kaj... Kajaken? Kajaken? Ist das ein richtiges Verb? Repariere das Kajak. Ich habe keine Zeit, um mich hinzusetzen. Okay. Nature, einen wunderschönen guten Abend. Hey. Bereit, Mimi? Ich glaube schon. Komm her, lass uns das Kajak reparieren. Chat, ich habe das Gefühl, dass das Spiel noch sehr Aua machen wird. Fühlt ihr das auch schon? Ich habe dieses Gefühl, dass wahrscheinlich man das noch miterlebt, wie Opa gestorben ist und so ein Scheiß. Also ihr Mann, unser Opa. Und wir haben ein neues Band eingesammelt. Die grandiose Reporterin. Mimi, die grandiose Reporterin. Ich bin hier in der Höhle, um meiner Oma eine Frage zu stellen. Oh, eine Reporterin. Was kann ich für dich tun? Hey, Luan. Oma, was ist eine Kelle? Eine Kelle? Eine Kelle? Eine Kelle ist eine kleine Schaufel. Eine Handschaufel sozusagen. Perfekt. Die hier hat eine lustige Geschichte. Dein Opa hat sie gekauft und am ersten Tag verloren. Sie war sechs Monate lang im Boden vergraben. Wie hast du sie wiedergefunden? Naja, ich habe das Gemüsebeet mit meiner Kelle umgegraben und dabei die andere Kelle erwischt, die er gekauft hatte. Was für eine Geschichte. Danke, Oma. Das war Mimi, die grandiose Reporterin. Süß. Einfach richtige Reporterin, Alter. Geil. Okay, perfekt. Haben wir das. Okay, dann lass uns mal. Ah, hier ist noch was glänzend. Dann lass uns mal das Kajak zu Ende bauen. Ich finde das Spiel echt schön. Es ist wunderschön, wirklich. Also, wirklich toll. Macht mir sehr viel Spaß. Ich hoffe, euch gefällt es auch, Chat. Wir fangen damit an, die Löcher zu reparieren. Wir wollen ja nicht, dass du untergehst. Nein! Okay, dann lass uns mal die Löcher reparieren. Also, wie funktioniert das denn? So, da kommt der Kleber drum. Und dann hält das schon. Brauchen wir bestimmt das Teil hier, oder? Ah, das sieht gut aus. Das hält schon. Ja, ja, hier ist noch ein bisschen Kleber drum. Zack, 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 zack. Ja, das geht. Super, haben wir das auch. Und hier noch. Ich habe vorhin einen Clip gesehen, wo du gesagt hast, dass du Skorpion bist. Und dass das unbeliebste Sternzeichen ist. Und dass es sehr toxisch ist. Meine Mom und mein Bruder sind auch Skorpione. Okay. Was heißt das jetzt? Was soll mir das jetzt sagen? Okay. Wo hast du das gelernt, sowas zu machen? Mama ist nicht wirklich gut mit Werkzeugen und solchem Zeug. Ich mache es gerne. So einfach ist das. Ich meinte, irgendwer muss dir das doch beigebracht haben, solche Sachen zu machen. Ich mag es nicht, von jemandem abhängig zu sein. Deswegen habe ich es gelernt. Habe es mir selbst beigebracht. Ich wünschte, ich könnte wie du sein, wenn ich älter bin. Süß. So krass würde sowas niemals selber spielen, aber bei dir zum Zuschauen macht es einfach Spaß. Toxic, mega schön. Ja, ich würde tatsächlich sowas auch eher seltener privat spielen. Aber in Streams liebe ich das einfach. Ich weiß nicht, es ist irgendwie was anderes für mich, sowas zu streamen. Ich habe da mega Spaß dran. Und ich hoffe, du wirst du selbst, Süße. Und jetzt das Wichtigste. Wir bemalen diese Schönheit. Bemalen? Ja, natürlich. Es gehört dir. Also sollte es deine Farben haben. Deinen Stil. Okay. Mal das Kajak an. So und so und so und so und so. Haben wir noch andere Farben oder haben wir nur Rot? So, so, so. Haben wir noch andere Farben, Oma? Achso, ich muss das komplett Rot machen oder was? Du brauchst mehr Farbesüße. Okay. Achso, ich muss das Rot machen. Ich dachte, ich kann das vielleicht so auf meine Art und Weise anpinseln. Ah, und da haben sie also die Fingerabdrückchen drauf gemacht. Manchmal wünschte ich, ich könnte Leute einfach wieder zusammenkleben. Oh mein Gott, Alter. Das geht aber gerade richtig in mein Herz. Ach du Scheiße. Aua. Wie Opa und Papa. Hm. Ja. Jetzt ist es aber zu spät und nichts und niemand kann es ändern. Ist schon gut. Sie ist fertig. Bringen wir sie runter zum Fluss. Aua. Ich freue mich so. Wo geht's hin? Weiter unten ist ein kleiner Strand. Er ist nicht zu übersehen. Ein Strand? Halte das Boot immer ruhig. Die Dordogne ist ein sehr ruhiger Fluss, aber man weiß ja nie. Ja, versprochen. Okay. Das ging aber gerade echt richtig ins Herz. Ach du Scheiße. Okay. Ich freue mich. Ich freue mich. Jetzt bin ich in den Mund. Ich freue mich. Alter, holy fuck sieht das schön aus Alter Also es ist so ein wunderschöner Artstyle Also ich bin wirklich verliebt Wahnsinn Pure Liebe Wettervorhersage für den Südwesten In den nächsten Tagen bleibt es heiß und sonnig mit Temperaturen bis zu 36 Grad Celsius Genießen Sie das schöne Wetter da das Tiefdruckgebiet über England schon auf uns zusteuert Ah, das tut gut Ah, richtig Das tut gut Das Spiel fühlt sich an wie Urlaub Ich weiß nicht, ob er das auch fühlt aber es fühlt sich an wie ein Stück Seelenfrieden Einfach Urlaub Hm, du hast ja recht, Oma Ein Mittagsschlaf tut gut Mittagsschlaf ist eine Lebenseinstellung Aber ich will mich umsehen Zeit aufzustehen Was? Der Mittagsschlag ist wichtig und richtig, liebe Lein Du hast einen neuen Ort freigeschaltet Picknick und Klippe Cool So manche Spiele können ein nächstes zum Entspannen bringen Oh nein, wir müssen das alles mitnehmen. Hilfst du mir, Mimi? Ja, natürlich. Sammel den weggeflogenen Korb. Komm her, mal sehen, ob wir alles haben. Ist da gerade nicht die Decke weggeflogen? Mir fehlt das Besteck. Vielleicht liegt es im Wasser. Kannst du mal nachsehen? Das Wasser ist zu kalt für meine müden Knochensüße. Typisch. Okay, ich gehe ja schon. Ab in den Busch. Ist da irgendwas drin? Ach, Alter, wir haben uns umgezogen im Busch. Wow, okay, wir haben jetzt unsere Badeklamotten an. Okay, warte mal. Hier war noch irgendwas. Hier war noch so ein Pfeil. Da ist was. Nein, ach so, okay. Ich dachte, ich kann noch irgendwas einsammeln. Oh, das Wasser ist so herrlich. Sie verpasst etwas. Alter. Und das noch Money? Okay, wie gehe ich nach oben? Achso, das macht sie von selber. Gefunden? Ja, einen Moment bitte. Okay, wir haben eine Gabel, einen Löffel. Uns fehlt noch eine Gabel, ein Löffel und ein Messer. Zack. Junge, das ist so toll gemacht, das Spiel, ne? Alter. Und? Ich denke, ich habe unsere Sachen gefunden. Warte mal, fehlt nicht noch was? Oh, da sind die anderen an Land. Uns fehlt noch eine Gabel und ein Messer. Die Musikuntermalung ist doch mega schön. Und selbst ich, der schwimmen hasst, würde hier mal gerne einmal reinspringen. Ja, okay, oder so. Warte mal, habe ich jetzt alles? Oder muss ich vielleicht weiter schwimmen? Ne, da ist noch was. Ah, es ist also doch noch was im Wasser. So, nach diesem schönen Ausflug sind wir reich. Ah, jetzt haben wir alles. Hast du alles? Ich glaube, ja. Okay, jetzt haben wir alles. Ich werde jetzt mal wieder gehen. Die anderen wünsche ich euch alle eine gute Nacht und süße Träume. Winnie, pass auf dich auf. Hab einen schönen Abend. Schön, dass du da warst. Komm, gehen wir nach Hause. Ich bereite das Kajak vor. Das ist der Junge. Das ist der. Das ist der, der geklaut hat. Ich glaube, ich habe was im Wald gesehen. Darf ich mal nachsehen? Das war bestimmt nur eine Katze. Aber mach ruhig. Kein Problem. Amüsier dich. Mach ich. Danke. Das ist der Junge gewesen, ne? Erkunde die Flussregion. Das ist safe, der Junge gewesen. Okay, wir ziehen uns mal eben um. Das war bestimmt der Junge, der eben die ganzen Sachen auf dem Markt geklaut hat. Zu tausend Prozent. Also wenn der das nicht ist, er weiß ich auch nicht. Okay, wir haben einen neuen Aufkleber noch bekommen. Okay, dann gehen wir nochmal gucken. Ich würde doch sagen, Chat, nach diesem Kapitel hören wir auch auf für heute. Das würde, glaube ich, sehr gut passen dann. Von wo sind wir gekommen? Oder wo muss ich lang? Kann ich ja hochklettern? Warte mal. Ich habe jetzt hier gerade gar keinen Überblick. Wo muss ich hin? Ich kann... Ich dachte erst, ich... Ach, man kann da wirklich hochklettern. Alter! Königin. So krass, Indie-Games sind einfach die besten. Indie-Games sind wirklich... Die retten einfach den kompletten Spielemarkt in meinen Augen. Wird es keine Indie-Games geben? Ich wüsste einfach nie, was ich zocken soll. Also meine Streams würden einfach nicht so sein ohne Indie-Games. Das wäre komplett unlogisch. Boah, Alter, ich wäre jetzt schon so am Pusten, wenn ich da hochlaufen müsste, ne? Boah, das sieht so cool aus. Vogel. Wir machen ja hier eine halbe Weltreise, um den Jungen zu finden. Ist er jetzt ganz oben auf dem Berg? Bestimmt, ne? Die Sätze sitzen dann da bestimmt gleich zusammen oder so. Könnte ich mir gut vorstellen. Auch die Musik. Wie gut sie einfach passt. Friedlich. Jatano, schlaf gut. Jatano, schlaf gut. Ob wir nach ganz oben müssen, ist die Frage. Witzig. Dass sie auch so Orte mit Emotionen verbindet, finde ich mega. Das stimmt. Aber ich habe den kleinen Verdacht noch... Alter. Nora! Alter. Äh, ich habe aber leider den Verdacht, dass das Spiel noch ordentlich wehtun könnte. Also, weiß ich nicht. So fühle ich mich auf jeden Fall. Es ist halt so ein Spiel, was halt sehr schnell, sehr emotional werden kann. Auf sehr einfache Art und Weise. Ach du Scheiße! Oh mein Gott. Weil man halt irgendwann so einen guten Draht halt zu dieser Familie hat, natürlich, ne? Oder eben zu dieser Beziehung zwischen Nora und eben Mimi. Also hier unserem kleinen Hauptcharakter. Wie ein Affe. Erstaunlich! Ja, wahrscheinlich bei der Aussage von der Oma gerade und den ganzen schwierigen Verhältnissen bei denen. Ja, ja, genau. Genau, genau, deswegen. Ich bin aber mal gespannt, was jetzt noch passiert mit dem Jungen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir jetzt den Jungen irgendwie vielleicht kennenlernen oder so. Und dann verbringen wir praktisch den Sommer vielleicht mit ihm zusammen. Vielleicht. Könnte vielleicht so sein. Der ist aber wirklich, also sehr, sehr weit weg. Der Junge. Als ob der hier hochgeklettert ist. Du Scheiße! Der hat wirklich eine halbe Weltreise gemacht. Höhe. Kann ich das einsammeln? Ja. Okay, jetzt sind wir ganz oben. Wow. Wunderschön. Ich sollte ein Foto machen. Was machst du da? Das ist mein Platz. Keiner darf hier hin. Du bist der Dieb vom Markt. Ich bin kein Dieb. Sag das nie wieder. Ich leihe mir nur Sachen aus. Leihen? Aber das ist doch kein... Ich bring die Sachen zurück und eine Entschädigung, wenn ich Kolobres Schatz finde. Kolobre? Ein riesiger Drache. Er schläft auf dem Grund der Dordogne und er bewacht einen großen Schatz. Groß genug, um die Leute am Markt zu bezahlen? Groß genug, dass jeder mich mag. Wirst schon sehen. Brauchst du Hilfe? Also bei der Schatzsuche? Hilfe? Du bist aus der Stadt, oder? Wie soll mir ein Stadtmädchen helfen, Kolobre zu finden? Ich bin eine Entdeckerin. Du bist ja lustig. Doch, ich bin eine Entdeckerin. Wie wäre ich sonst hier hochgeklettert? Na gut. Gut. Vielleicht muss ich dich testen. Testen? Da ist ein Rätsel drin. Finde die Lösung. Dann entscheide ich, ob ich dir trauen kann. Stadtmädchen. Aber zuerst, fang! Was zum... Mimi? Alles in Ordnung? Keine Sorge, alles gut. Was ist los mit ihm? Er ist weg. Er ist weg? Wir treffen uns morgen in meiner Geheimhöhle. Wenn du mein Rätsel löst! Richtig stinksauer, Alter. Nature, ich kann dir das nicht wirklich gut rüberbringen. Also ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, dann, wenn dich das interessiert, das erste VOD einfach nachzugucken. Dann gibt es ja auf YouTube bei mir. Kannst du ganz gemütlich nachgucken. Ich brauche diese Tasche, schnell! Okay, also müssen wir wieder ins Wasser jumpen, oder was? Oh Mann. Ja! Oben! Hör mal! Habe ich heute von dir gelesen? Geht's dir gut? Die, 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 die. So, mal gucken, ob wir das Rätsel heute noch lösen können. Zack! Warum kommst du nicht zurück zum Strand und ziehst dich an? Eben ist mein Lattenrost vom Bett durchgebrochen. Ich raste aus. Ach du Scheiße. Hab dich viel geschrieben, ja? Das ist mir aufgefallen. So. Und schnell wieder umziehen. Smoky, das kenne ich jetzt selber tatsächlich nicht, weil ich hatte nie ein Lattenrost in meinem Leben. Aber bei meiner Schwester war das immer. Gehen wir bald? Ja, Zeit nach Hause zu gehen. Was hast du da drüben gemacht? Dieb entdecken, klettern. Dieb. Ehrlich gesagt, ich hab den Dieb verfolgt. Den vom Markt. Echt? Versteckt er sich am Berg? Gehört er zum Widerstand? Ich glaube, er ist nur ein einfacher Dieb, mehr nicht. Also, wie hast du den Ort gefunden? Richtig schön, oder? Gefährlich? Wunderschön, wild. Wunderschön. Es ist wunderschön hier. Schön, dass es dir gefällt. Ich möchte nie mehr gehen. Niemals. Weißt du, ich bin oft mit deinem Opa hergekommen und mit deinem Papa. Schöne Zeit. Vermissen. Gezwungen. Schöne Zeit. Hat er eine schöne Zeit gehabt? Das hatten wir. Aber es ist schwer, mit ihm zu reden. Weißt du? Ich weiß. Dein Papa ist... Ach, weißt du was? Genießen wir einfach den Moment. Wollen wir nach Hause gehen? Ja, ich bin schon müde. Sehr gut. De, 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 de. Oh, Jeff, wir fahren zurück nach Hause. Äh, Sushi, einen wunderschönen guten Abend. Ich kann dir das wahrscheinlich leider wohl nicht nehmen, aber du kannst dir sehr, sehr gerne hier einen gemütlichen machen. Chill dich hier schön hin und genieße etwas. Alter, was sind das für blaue Dinger? Was soll dieses Blaue darstellen? Ich dachte gerade, das ist Eis. Ich habe vergessen, Eier für das Abendessen zu kaufen. Ich werde den Nachbarn danach fragen und komme gleich zurück. Was machst du, während ich dort bin? Ich will meine Mappe machen. Gute Idee, Süße. Okay. Welches Blaue? Meinst du diese Baumisch... Ja, die waren bei mir blau auf dem Bildschirm. Weiß nicht, vielleicht sah das im Stream anders aus, also auf meinem Monitor anders aus, aber bei mir waren die mega blau. So blau-lila fast. So dunkel. Das sah aus wie, weiß ich nicht, irgendeine böse Macht. Einfach hunderttausendmal besser als der alte? Sehr gut, so sollte es sein. Jetzt, da ich alleine bin, schauen wir mal, was dieser dreckige Dieb von mir will. Also gut, was ist das für ein Rätsel, das ich lösen soll? Okay, öffne die Tasche. Nehmen wir alles raus. Okay. Hm, Anweisungen. Hm, Aufkleber. Bestimmt für diese Karte. Lesen wir mal die kleine Notiz. Schritt 1. Aufkleber an der richtigen Stelle platzieren. Ich brauche eure Hilfe jetzt. Sushi, danke schön für dein Follow. Danke schön. Ich werde langsam müde. Ja, dann ab ins Bett. Phoebe, ab ins Bett. Schritt 1. Aufkleber an der richtigen Stelle platzieren. Okay. Lesen wir mal die kleine Notiz. Achso, okay. Äh, achso, wir müssen jetzt einfach richtig, äh, okay, okay, okay. Ähm, müssen die, hier an diese weißen Stellen vielleicht? Oder wie sieht das aus? Also wahrscheinlich, der Markt müsste ja dann wahrscheinlich mal dahin. Okay. Heißluftballon. Der war, die Heißluftballons waren glaube ich hier, ne waren sie nicht? Waren sie nicht irgendwie in der Nähe von der Brücke? Oder ist das hier die Brücke? Ne. Ah, hier oben müssen die hin. Okay. Okay, was haben wir hier? Das Bötchen. Okay. Du hast eine sehr angenehme Stimme. Ähm, äh, Amy, danke dir. Dankeschön. Das ist sehr, sehr süß. Das freut mich, dass du das so empfindest. Dann hoffe ich, dass du jetzt ein bisschen entspannen kannst. Okay. Okay, das sind Steine. Okay, was haben wir hier? Okay, haben wir das. Die Flagge zur Burg wahrscheinlich. Und er da oben hin. Geschafft. Was jetzt? Schritt 2. Verbinde bestimmte Aufkleber und finde mein Versteck. Dort, wo sich die Linien kreuzen. Verbinde bestimmte Aufkleber und finde mein Versteck. Dort, wo sich die Linien kreuzen. Erste Linie, Steine fliegen nicht. Erste Linie, Steine fliegen nicht. Also von den Steinen dann zum... Ah, fast da. Zweite Linie, jenseits der Brücke findest du mein Haus. Jenseits der Brücke. Also die Brücke wahrscheinlich. Jenseits der Brücke. Nein, ich muss drüber nachdenken. Die Brücke. Achso, und sein Haus. Ah, ich hab dich, Dieb. Da ist er dann, oder was? Kreise ein, wo sich die zwei Linien kreuzen. Hier ist er. Hier ist es. Da ist sie, die Diebeshöhle. Das war ja ein Kinderspiel. Jetzt muss ich dem Dieb nur noch von der Lösung erzählen. Ich sollte auf die Baumspitze klettern und ihn rufen. Klettere auf den Baum und... Äh, Baum, um den Dieb zu informieren. Warte mal, da muss ich auf den Baum klettern? Nature, nimm es mir nicht böse, aber... Ich kann das jetzt nicht lesen beim Zocken. Juhu! Wir beschmeißen ihn. Juhu, ich glaube, ich hab dich gefunden. Niemals! Abenteuer? Abenteuer. Juhu, Abenteuerin! Zack. Ich hab doch gesagt, ich bin eine Abenteuerin. Na gut. Gut gemacht. Geil. Ich guck gerne in deine TikToks. Äh, Sushi, das freut mich sehr. Dankeschön. Ich werde morgen da sein. Dann reden wir über... Oh Gott, ich kann das alles nicht aussprechen, dieses Französische. Sehr gut. Okay. Also, Chat, das heißt, morgen... Oder je nachdem, wann wir dann weiterspielen... ...werden wir wahrscheinlich ihn kennenlernen. Cool. Bis morgen. Gut. Jetzt weiß ich, wo ich morgen hin muss. Ich sollte jetzt runterklettern. Ich verstecke die Karte besser hier drin und dann kann ich meine Mappenseite machen. Mega süß, Mann. So cool. Also, wir nehmen auf jeden Fall das Foto hier. Das ist mega schön und das erinnert sehr gut an diesen Raum oben, diesen Dachboden. Und wir nehmen als Sticker das Picknick. Ja. Und wir brauchen noch ein Gedicht. Ein Gedicht. Welches würde da passen? Dieb. Abenteuerin. Schon immer Abenteuerin. Ich bin eine Abenteuerin. Mimi, die Abenteuerin. Okay, Mimi, die Abenteuerin. Dieb. Schöne Zeit. Morgen. Cool. Dieb. Vielleicht Dieb? Oh, scheiße. Das wollte ich gar nicht. Huch. Treffer. Mimi, die Abenteuerin. Treffer auf den Dieb. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich habe irgendwas aus Versehen ausgewählt. Schöne Zeit. Geheimnisse. Geheimnisse. Mimi, die Abenteuerin. Treffer auf den Dieb. Überall um uns herum vergrabene Geheimnisse. Ich werde all diese Geheimnisse lüften. Erstaunt von all den Geheimnissen. Mimi, die Abenteuerin. Treffer auf den Dieb. Überall um uns herum vergrabene Geheimnisse. Doch, das passt eigentlich. Tada. Und wir haben sogar noch den Ton aufgenommen. Von der Lokomotive vom Opa. Tada. Haben wir das. Sehr gut. Adi, einen wunderschönen guten Abend. Hey. Mimi, Abendessen. Ich komme. Was für ein Tag. Wow. Was für ein Tag, Chat. Wow. Kapitel 5. Die Höhlen. Nora hat es bestimmt da gelassen, wo es vorher war. Den Baum im Garten erkunden. Okay, Chat. Das nächste Mal geht es also weiter mit Kapitel 5. Wir haben heute schon wieder... Heute die zwei Kapitel haben länger gedauert, einfach als die drei Kapitel oder so, die wir gestern gemacht haben. Fällt mir gerade mal so auf. Nebenbei. Was? Richtig. Chat. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das Spiel ist bis jetzt wirklich wunderschön. Und ich bin gespannt, wo uns die Reise hier noch hinführt. Ich denke mal, wenn wir das nächste Mal spielen, werden wir bestimmt den kleinen Dieb kennenlernen. Und ich bin sehr gespannt, was da dann noch so passiert. Auf jeden Fall. Ach ja, und stimmt. An alle VOD-Zuschauer auf YouTube, euch auch noch einen wunderschönen Tag und Daumen nach oben nicht vergessen. Danke euch für eure Zeit. Okay, dann bin ich ja sehr gespannt.